Ach, Hegau, Ach ist eine Kleinstadt des vulkanisch geprägten Hegau am Übergang der Hegau-Alb im Norden zur Singener Niederung im Süden. Ach ist vor allem durch den Achtopf, auch Ach-Quelle, die größte Karstquelle Deutschlands, bekannt. Hintergrund Ach wurde im Jahr 1100 erstmals urkundlich erwähnt und besitzt seit 1283 die Stadtrechte. Die Altstadt liegt auf einer Anhöhe, die Unterstadt oder Ach-Dorf liegt im Tal an der Radolfziller Ach. Mit der Bahn Ach hat keinen Bahnanschluss, gut erreichbar sind die Bahnhöfe in Engen, ca. 7 km, und Singen, ca. 12 km. Es bestehen und andere EDR. Zwei stündliche Verbindungen im Regionalverkehr von nach Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart und Villingen-Schwenningen. In Singen zusätzlich nach Basel und Ulm, sowie Verbindungen im Fernverkehr auf der Strecke Emden-Köln-Konstanz, Wochenende, und Stuttgart-Zürich, stündlich. Mit dem Bus die Region Albuslinnen 7364, Singen-Stockach, Fahrplan, und 7366, Engen-Eigeltingen, Fahrplan, der Südbaden-Bus GmbH, SBG, halten an mehreren Haltestellen in Ach-Autohaus-Gohm, Rathaus und Ach-Quelle. Die Ticketpreise, Beförderungsbedingungen etc. sind auf der Webseite des Verkehrsverbundes Jäger-Bodensee, VHB, zu finden. Auf der Straße an das Fernstraßennetz ist Ach über die, die durch die Stadt führt, sowie die, unterm Unweiten angeschlossen. Sehenswürdigkeiten Der, auch Ach-Quelle, genannt ist die Hauptattraktion der Stadt. Es ist die größte Karstquelle in Deutschland mit einer mittleren Ausschüttung von 8300 Litern pro Sekunde, maximal 24.100 Liter pro Sekunde, minimal immer noch 1300 Liter pro Sekunde. Das Wasser quillt aus einer 18 Metern tiefen Höhle empor. Gespeist wird die Quelle vom Wasser der Donauversinkung, das hauptsächlich bei Emendingen in unterirdische Karsthöhlen verschwindet und nach ca. 12 Kilometern unter der Erde im Achtupf wieder ans Tageslicht gelangt. Und, Reste der ehemaligen Stadtbefestigung Das aus dem 16. Jahrhundert in der Stadtstraße 38 wurde von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zum Denkmal des Monats November 2008 ernannt. Am Stadtrand befinden sich die, eine der ältesten Burgen des Hegau aus dem 1. Viertel des 12. Jahrhunderts. Gotische Pfarrkirche, aus dem 12. Jahrhundert. Ausflüge Schloss Langenstein mit Fassnachtmuseum bei Eigeltingen Festungsruine Hohentwil bei Singen.